Yo, was geht ab, was geht ab meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar geht es heute um weitere Leaks, wie gesagt, meine Videos, ups, so, jetzt, meine Videos kommen leider erst spät, es ist 22.30 Uhr mittlerweile, scheiße, er hat ein paar Videos aufgenommen, wie gesagt ja, Olic Sash droppt heute auch einen Song in zwei Stunden, mein Video wird sowieso erst danach kommen ich gebe euch eine kleine Hörprobe trotzdem, wie gesagt, ich kann euch nicht zu viel zeigen nächstes Mal schaue ich, dass die Videos ein bisschen früher kommen, sonst wird es auch nicht mehr sein, Sinn und Zweck aber vielleicht schaut der ein oder andere trotzdem noch das Video und ja, ich würde einfach mal sagen, wir hören ein bisschen rein hier habe ich selber noch nicht reingehört, ja, aber Freunde, streamt das Ganze auf Spotify und dann hören wir einfach mal rein okay, geil, geiler Einstieg von Olic Sash auf jeden Fall ja, wie gesagt, ich schaue mal, ob ich noch was am Ende oder so einspielen kann ähm, schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall zum Track in die Kommentare, denn mein Video wird auf jeden Fall nach 0 Uhr rauskommen ähm, wer fickt es jetzt noch, so schnell ein Video aufzuladen ähm, yo, nächstes Mal wird es auf jeden Fall früher kommen, versuche ich zumindest und ja, ich schaue mal kurz ja, geil auf jeden Fall feiere ich also sind diesen Freitag schon ein paar geile Tracks rausgekommen wie gesagt, Shirin, David, Portofino Leon, Maschek, Herron was war noch? Luciano, Olic Sash sind auf jeden Fall geile Dinge ah, Ufo noch äh, feiere ich also, ich feiere das, wenn Freitags einfach geile Songs rauskommen wie gesagt, ähm Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's auch schon wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Song findet und dann melde ich mich nächstes Mal wieder etwas früher und Peace 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 Peace